Aaaaaaah! Das war so schlau. Bin ich kurz mal weg. Wirklich, ich war kurz auf dem Klo und hab wieder die Steuerung vergessen. Einigen ist jetzt bestimmt aufgefallen, warum ich null Seelen hab. Hallo Akbar! Wisst ihr, das ist so ein religiöses Ding, das versteht ihr wahrscheinlich eh nicht. Oh! A chair! Bottle! Chest! So, was ist denn hier? Ein Hebel! Was erwartet mich auf der anderen Seite? Geld? Der Tod? Noch ein Hebel? Ich lauf voll Swagger-mäßig. Wär ich voll der Oberboss, als hätte ich schon voll viele Seelen oder sowas. Ja, ich hab null. Ja, ich hab null. Bonfire! Puh, 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 puh! Aaaaaaah! Au! Nicht schlecht! drown! Aaaaaaah...! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aスト! A шт-ärée, auf der trey,... A шт-äuree, auf der trey, wir wollen wir κlami auf der trey! Der dem determine... Erw! Dech-de then Ten it the dena-din-derem-dere applaudiert. B messen die´derem-derem-derem. Ich hasse euch. Wirklich. Hey, Dude. Der hat mich doch niemals erwischt. Oh. Ich bitte nun um ein bisschen Applaus für diese perfekte Ausweichrolle. Du bist so schön. Oh. Angst. Potter. Komm. Ich habe meinen Vater verarscht. Das macht er ständig, schon seit ich zwölf bin. Da, frisst das. Frisst meine Brotwurst. Au. Stealth Attack. Du machst mich so unendlich aggressiv. Wirklich. Großartig. Du gehst mir nur auf die Nerven mit der Scheiße. Komm, schieß. Oh. Immer wieder. Bisschen zu langsam, Boy. Bisschen zu langsam, Boy. Bisschen zu schnell. Ah. Oh. Kuckuckuckuckuck. Ja. 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 Ich mache es immer wieder und da ist nie was drin. Oh. Au. Wo. Woher ziehst du die dir? Aus deinem Arsch oder was? Woher komme ich die? Hä? Ja, da bin ich selber dran schuld. Kann ich eigentlich auf euch... Kann ich auf euch eigentlich auch scheißen, dass ich so sage, hey, ich will damit nichts zu tun haben. Nee, nee. Nein. Nee. Ich brauche keinen Bausparvertrag. Nein, ich brauche nicht deine Pfeile im Arsch. Du gehst mir wirklich am meisten auf. Guck's doch mal an. Oh, jetzt ist es schwer ziehen, ne? Hm, hm. Nützt dein Bogen jetzt nix mehr. Könnt ihr die Leitern hochklettern? Ja, guck, Angst. Der hat Angst vor Leitern. Oh Gott, nein. Nein, der benutzt die Leiter. Und das ist der Dumme. Oh Gott, ne Leiter. Nee, nee. Das traue ich mich nicht. Nee. Oh Gott, Jungs, geht weg. Geht weg. Der hat ne Leiter. Oh Gott. Oh Gott, was soll ich machen? 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 Vorsichtig. Nein, oder? Au!